Der elegante Skoda Yeti City macht auf der städtischen Flaniermeile eine ausgezeichnete Figur. Das schnörkellose Design verströmt jene Eleganz, die ein Auto erst in einen wahren Hingucker verwandeln. Zu haben ist der Yeti mit vier Benzin- und drei Dieselmotoren. Egal welche Motorisierung man wählt, die Aggregate glänzen durch hohes Drehmoment, Drehfreudigkeit und bemerkenswerte Sparsamkeit. Wer viel Platz sucht und dafür nicht allzu viel bezahlen will, ist mit dem Skoda Rapid Spaceback bestens bedient. Das geräumige Kompaktauto setzt im Innenraum fort, was ein attraktives Blechkleid verspricht. Alles wirkt hochwertig, durchdacht und äußerst ansprechend. Wir hatten Gelegenheit, den vielseitigen Skoda Yeti Outdoor eingehend unter die Lupe zu nehmen. Man muss sich beim Einsteigen nicht verrenken, die Sitzposition passt auf Anhieb und für die Bedienung braucht man keinen Computerkurs. Ob der Yeti den hohen Anforderungen unserer Autoexpertin entsprechen konnte, sehen Sie jetzt. Der Yeti Outdoor gibt sich sympathisch und dabei praktisch und hochwertig. Alles sitzt, alles passt, nichts zwickt, Platz ist sowohl vorne als auch hinten im Übermaß vorhanden. Und der Tscheche sagt dabei vor allem eines, ich bin ein Auto für alle Lebenslagen. Mit dem bärenstarken 140 PS Diesel, der von uns getesteten Version, ist man mehr als gut bedient. Der Motor schiebt bereits ab niedrigen Drehzahlen kräftig an. Wer will, kann das Vergnügen bis zur Höchstgeschwindigkeit von knapp 190 Stundenkilometern ausreizen. Die Lenkung arbeitet direkt, das Fahrwerk ist kein lahmer Kompromiss zwischen Straße und Gelände, sondern ein höchst gelungenes, sowohl als auch. Perfekt zum Gesamtpaket passt auch das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Schaltpunkte stimmen, stets wird die richtige Übersetzung serviert. Und 6,4 Liter auf 100 Kilometer sind ohnehin eine Ansage. Im Gelände vergibt sich der Yeti Outdoor ebenfalls nichts. Wer es nicht übertreibt, kommt dank Allradantrieb bestens über die Runden. Grip wird ausreichend geboten, die Bodenfreiheit entspricht dem Durchschnitt. Auch hier scheint der sympathische SUV zu sagen, ich kann es ganz einfach. Fazit, der Skoda Yeti Outdoor hat den Test mit Bravour bestanden. Motor, Design, Ausstattung, alles ohne Tadel. Unsere Expertin verlieh ihm vier von fünf möglichen Punkten. Tôi Jan